Warum hast du hier überall Bedrock? Weil du schon unten am Grund des Mars bist. Ja, aber warum? Und, scheiße, ich hasse diese komischen... MAAAN! Hast du schon wieder Wurmattacken? Ich hasse sie! Ja komm, nur noch ein bisschen, dann habe ich alles voll. Dann habe ich 4 Stacks Eisen und nicht so viel Dash. Ich habe 40 Dash und ich bin schon wieder in der Höhle, in der wir die ganze Zeit rumgepümmelt sind. Ernsthaft? Hier liegen schon wieder Blöcke rum, Erze. Tin, brauchen wir nicht. Na gut, okay, das war ich. Ich habe aber immer noch einen Eisenerzblock im Inventar. Ich glaube, der ist von dir. Nein! Kommst du darauf? Äh, vielleicht weil du das verlierst? Du bist einfach so aus heiterem Himmel? Ich verliere das nicht. Ich passe sehr gut auf meine Sachen auf. Siehe, dieser Thermoanzug. Äh, jaaaa... Obwohl, nee, das war geschenkt. Ja, das war geschenkt. Mich verraschen. Ne, das brauche ich nicht. Das ist doch aber Eisen. Ja, natürlich, aber ich habe 4 Slacks von dem. Ja, und wie viel davon wirst du behalten? Null. Ja, siehste. Deswegen konzentriere ich mich eigentlich nur auf Dash. Warum bekomme ich nichts? Falsches Werkzeug? Nein. Nein. Na doch, ich bekomme was und manchmal nicht. Äh, also ich kriege bis jetzt immer was raus. Ja, das war vorher auch so. Jetzt aber nicht mehr. Also. Ja? Okay. Oh, ja, du hast schon irgendwie recht. Na? Und, geht es da noch weiter? Oder? Ja. Ja, ja. Na? Gut. Da-schh-dsch-dsch-dsch-dsch-dsch-dsch-dsch-dsch-dsch-dsch... Dasche! Da gibts Drösche. Wir sind Creeper. Na Creepern. Tschüss! Gerade jetzt, wo ich keine Facken habe, find ich eh ein Dash-Frocker nach dem anderen. Ich ma-dsch! ich mache drei schritte und hab wieder ein dash bekommen dieser dolly oh das ist noch ein dolly das ist auch ein dolly das ist voll das arschloch du arschloch du dolly und noch mehr dash so ich habe 64 und zwei dash und du ich habe jetzt ein stack und zwei einzelne dash ich hab 63 läuft ich hab das nächste vorkommen wir sollten uns vielleicht darauf einigen du farmst äh eisen ich farm dash nein bei mir läuft das irgendwie hier nein warum ich fand dash und eisen warum sparen wir jetzt noch ein mann mann also ich weiß nicht ob das ein mann ist da müsstest du vielleicht mal nachgucken neben der scheiß frau warum ist hier eine höhle voll mobs warst du hier vorher naja ich weiß nicht als ob ich das weiß wo ich war ich bin hier eigentlich nur unterwegs als tourist ich grabe mich jetzt mal in die oberfläche ja ja einfach so just for fun weil ich auch gleich oxygen nachfüllen muss mann Ehhhhhh Palim 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 Hört man die Hunde? Nö Gut Sie haben grad mega gewählt Ne ich hab nicht gehört Ein Wort und ich hetzt die was? Was? Ein Wort und du hetzt was? Ist egal Okay Erstmal ein schönes Spinnauge gönnt zum Mittagessen hier Lecker Hast kein Essen dabei Thomas? Doch 57 Brot und ein paar Pizzen in der Kiste aber Versteh das nicht Ich bin an der Oberfläche Wow und hier sind Monster Immer noch Ich hasse den Monster Das sind voll die Dullis Ehhhhhh Ja Dullis Ich komme Ich markier Oh da ist der Da ist ein Oh Alter ist so viel Dullis Ich Ah nein Aua Ich bin gar nicht so weit von deinem Höhleneingang rein rausgekommen rausgekommen Geil Da ist ein Meteora Verstehe ich nicht Ich markier mir jetzt erstmal hier die Ecke Demnach war Eck hier Wie Huuuiui… Lass mich in Ruhe dir kleinen Scheiß Viecher Die Nerven ne So, sehr schön, ich war hier, dann ein bisschen Verschönerungsarbeiten leisten die draußen. Jetzt hat man die Runde gehört. Die freuen sich, sie wollen nur spielen. Achso. Weißt du was, Alic, ich möchte nicht nur spielen. Okay. Ich bin ein Dolly, du kleine Kupp, was... Äh, ich, ich, nee. Irgendwas schadet dir, Tyrox. Wann war dein letzter Mittagsschlaf? Nicht lange her. Ne, warte mal. Doch, warte, nicht lange her, weil ich eigentlich permanent im Winterschlaf bin. Ja. Ja. Ike war auf dem Mars. Der Mars ist besiedelt. Äh, besiedelt. Ja. 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 Nachfeder stecken an. Na ja, besudet trifft es hier sogar wortwörtlich. Oh Gott. Ja, keine Ahnung, was mache ich jetzt noch hier? Ja. Ja, ich habe keine Facke, dass ich meinen Weg ausleuchten könnte. Ich sehe die Erde. Und ich habe keinen Zoom drin. Warum habe ich keinen Zoom drinne? Äh, haben wir hier überhaupt... Nein, haben wir nicht. Dings drauf? Nein. Ich glaube, hier ist noch nicht mehr Better FPS drauf. Äh, oh lol. Ja, oh lol. Night Vision, Speed, Darksteel Armor, Armor Workshop, CoFH Keys, Delic Modery, Electrical Age, Galacticraft Gameplay, Sprint, Pick Blood, Drop Item, Attack, Better Storage, Use Hotbar Slot, Inventories, Sortieren. Habe ich auf R? Ne, das ist immer auf Komma. Und haust du mal ab? Du verkacktes Drecksvieh. Warum soll ich abhauen? Die Sonne geht auf. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Inventory, Inventory Tricks, Miskillaneus, das hört sich an wie eine Armiskrankheit. Movement, Jump, Sneak, Streff Left, Streff Right, Walk Backward, Walk Forward. Listen Player, Open Chat, Open Command, Pass Clipboard, Show Materialkosten, Field, Gravity, T-Resist, Helmhut, Tour Switchbar, Blablablabla, Stop, Start, Stream, Jeter Wrench Mod. Und ne verkackte Kacke aber auch. Ja. Soll ich den Mond noch mehr bezudeln? Ja, Ziggy. Ach, den. Ach, den Mars. Ja, Ziggy. Ich habe schon einen Mega Penis gebaut. Ja, Ziggy. Und das sogar 2D, wo man das so nennt? Ja, anders kann man ja nicht bauen als 2D. Okay. Mit den paar Blöcken. Aber der fällt auf, der ist knallrot und hat seine leichte Penisfarbe drum rum. Warum unterhalten wir uns gerade über Penisse? Das wollte ich auch gerade fragen. Wir können uns über Möpse unterhalten. Ich mag die. Ich mag die auch. Die kann man so schön anfassen und knuddeln und streicheln und kneten. Ja, genau. Wenn man zu doll knetet, machen wir so Wuff. Und dann machen wir so zu tot. Genau. Ganz ehrlich, es wird Zeit, dass die Weiber wieder dazu kommen. Dann müssen wir uns wenigstens 1% zusammenreißen können. Was? Was ist das? Warte mal. Wäre Cassie hier, wäre die jetzt unser Ping-Pong-Ball. Genau. Mich, ich. Melanie wäre das Mobbing-Opfer. Wer ist Melanie? Achso, stimmt. Und Sissy? Keine Ahnung, was die wäre. Was wäre Sissy? Melönchen. Melonchen. Melonchen. Oh Leute, darauf bin ich schon gar nie gekommen. Aber was für eine. Wasser. Honig. Honig. Ich mag Honig. Die sind schön süß. Oh ja, also. Oh. Jetzt habe ich Bock auf die Melone. Ich habe noch Frucht-Cocktail im Schrank. Hm. Kennst du das? Ungefähr. Glaube ich. Ich habe verschiedene Fruchtsorten in Fruchtsaft eingelegt. Aus Dose. Was man meist zum Backen für Torten nimmt und so, wenn man keine frischen Früchte hat. Und da habe ich... Perfekt für mich. Ich habe nie was gutes Zuhause. Und da habe ich... Ja. Och, wie eigentlich schon. Aber ich gönne mir halt auch mal was aus der Dose, wenn es sein muss. Und wenn es schnell gehen muss, wenn ich alleine bin vor allem. Aber das... Jetzt habe ich Bock den Frucht-Cocktail zu futtern. Dann müsste ich mir aber morgen wieder einen neuen kaufen. Bitte sehr. Ich habe auch noch einen halben Dürum im Kühlschrank. Das hast du mir schon gesagt. Nee. Das war... Obwohl ich das gesagt habe, war es noch ein ganzer Dürum. Jetzt ist es noch ein halber. Wow. Wow. Ich habe doch vor der Aufnahme, vor der ersten Aufnahme gefuttert. Oh Gott. Das war... Das war heute meine erste Mahlzeit eigentlich. Ich habe frühst nur einen Kaffee gesorgt. Heik. Ja? Mal so eine Frage. Ja? Ähm. Was denn? Bei welchen Koordinaten? Ja? Ah, ne. Ich würde ganz gerne mal nach Hause. So langsam. Nehmen den Tages wohl. Ach so. Du hast eine Kiste. Setz die. Hau das Zeug dort rein. Und dann ist dein Inventar wieder fast leer. Ja. Na, ich möchte auch noch auf Venus und so. Ach so. Ja, dann komm. Ich bin gerade bei 15 Minuten und... da können wir dann ja ganz in Ruhe alles wieder fort. Wir müssen erstmal Fuel herstellen. Stimmt. Ja. Weißt du, wie wir fliegen? Warum hab ich zwei Launch... Ach so, die haben sich gestackt. Weißt du, wie wir ganz einfach Fuel herstellen können? Wir pupsen in die Raketen. Das stimmt auch irgendwie wieder. Weil man das nämlich mal aus Methan macht. Kannst du mal sehen. Warum haben wir eine Capacitator Bank hier drinne? Die hab ich gemacht. Wegen Strom und so. Ich hab einen Stern in der Kiste. Ja, den hab ich dir doch gesagt, dass ich die 5 Millionen Capacitator Bank. Die war voll. Die hab ich nicht gebraucht. Äh, na gut. Ja gut, ja? Na gut. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Jetzt bist du depressiv. Nur wegen dieser einen Antwort, die ich dir gegeben habe. Äh, ich geb dir einfach mal Recht und fertig. Würde ich dazu sagen. Jo. So, der Strom kommt dann da ran. Weiß warum? Weil ich immer Recht habe. Da ist er ruhig. Nö, ich bin grad, äh, konzentriert. Ich nicht. Jawohl. Ich bin einfach nur Brain Aske. Weil ich hier gerade... Hä? Wieso fällt dir das denn auf? Bist du behindert? Ey. Nichts wegen dem Monster, ja. Hä? Hä? Ey, Tyrox. Du machst den Körper im Kopf. Warum? Weil ich das sage. Ich liebe es, die Leute zum Verzweifeln zu bringen. Habe ich das schon gesagt? Ja. Wirklich? Nee. Super. Wieso befüllt der die nicht? Ist der behindert? Was? Weil ich das halt so war. Hier hat das über, äh, Rocket Fuel. Das macht er nicht in den Fuel Loader rein Ich glaube, dass du Dings brauchst hier, wie er sagt schon Also meine Rakete ist hier zu voll, ich habe jetzt die Kanister, die wir drinnen hatten, genommen und hier ist noch was im Fuel Loader drinnen Ey, Raketepapier! Aber der macht das Rocket Fuel einfach nicht da rein Ich glaube, du brauchst ihn ein oder so, Alter Das heißt, ich müsste das eigentlich jetzt in die Empty-Kanister einfüllen, das Rocket Fuel und dann darüber Das Problem ist, jetzt ist in der Dingsbank auch schon was drinnen Ja, toll, in den Empty-Kanister macht er nichts rein Warte mal, ich habe das ausgestellt Ich hatte die Leitung ausgestellt Läuft Läuft Mehr kann ich dazu nicht sagen Läuft Was? Was? Er was war Das war Das war Alles klar, das brauche ich, das, wobei jetzt hier brauchen wir alles auf, sicher ist sicher. Das und das und das, so jetzt komm ich bin bereit. Was soll ich denn machen, wo bist du denn? Ich bin bei minus 117 und 153. Was? Minus 117 bei X und bei Z 156. Ich bin bei minus 117 bei X und bei Z 156.